Ja, wüsste ich jetzt nicht. Der fehlt bald weniger Tage. Oh mein, oh wow. Okay, das, ja gut, das hätte man sich denken können. Nein, bitte nicht mein PC neu starten, danke. So, geht los. Geht schon los? Ja. Also, gleich, jeden Moment. Achso, ich dachte gerade so, weil der Hauptstream noch nicht so weit ist. Ja, so weit, dass die jetzt gleich starten können. Achso. Das meinst du damit. Ja, ja. Jetzt wird gewechselt. Ja gut, dann, äh, willkommen zu Spongebob, True for Square oder im deutschen, äh, eiskalt entwischt, ich sag immer erwischt, aus dem Jahr 2009. Ähm, kam damals für die Wii, PSP, Xbox 360 und dem DS raus. Wir spielen hier jetzt die 360-Version. Äh, die PSP und die Wii-Version sind genau gleich aufgebaut. Also es gibt gar keine großen Unterschiede. Und das ganze Spiel basiert ein bisschen auf ne, auf einer Special-Folge von damals, von Spongebob, die denselben Namen trug, wenn ich wichtig linge. Und man wird auch während des Spiels ein bisschen viele Unterschiede, äh, oder beziehungsweise nicht Unterschiede, viele, ähm, Anspielungen auf das Spiel finden. Deswegen, ja. Äh, zur Kategorie, wir spielen Any Person No LSG. Äh, LSG steht für Level Skips, also No Level Skips. Äh, Deron würde 20 Minuten kürzer gehen. Ich erwähne immer mal wieder zwischendurch, was der Unterschied ist, weil die sind minimal. Äh, ihr habt gerade schon die Hubworld gesehen. Das ganze Spiel, die Story ist ziemlich einfach. Spongebob soll auf die Formel aufpassen, hat vergessen, wo er sie hingelegt hat. Plankton hilft dabei, in die Träume zu gehen von Spongebob. Um ihm natürlich zu helfen als Freund und, ja, hat eigentlich Selbstziele, die Formel zu finden. So, der Anfang von diesem Mann ist ziemlich einfach. Wir werden jetzt einfach hier die Gegner besiegen, um weiterzukommen. Und das ist auch gleich der erste Unterschied zwischen No LSG und normalem Any Percent. In normalem Any Percent würden wir jetzt einfach aus Out of Bounds gehen und die Collectibles, die man in diesem Spiel sammelt, unter der Map sammeln. Weil aus irgendwelchen Gründen dachten die Entwickler so, hey, lass uns doch einfach die gesamten Collectibles, die du in einer Map findest, direkt am Anfang unter der Map platzieren. Da kommt ja keiner hin. Ja. Fast schlecht gelaufen. So. Hier machen wir jetzt dasselbe wieder. Ein paar Gegner besiegen. Nichts unglaublich Spannendes. Das Schade ist, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich weiß gerade nämlich nicht, welche Musik läuft. Wenn ich richtig liege, müsste nämlich ja die Musik von Battle for Bikini Bottom von Jellyfield Jellyfishfield laufen. Die Denderspiele nimmt sich ziemlich viele Assets aus den Vorgängern und benutzt sie einfach wieder, was ja nicht schlimm ist, aber man merkt es auf jeden Fall in der Musik. So, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben den Tiki, der da steht, diesen Schneckentiki benutzt, um rüber zu springen, um den Schalter da zu aktivieren. Hätten wir den ersten Schalter aktiviert, würde sich nur dieses eine Glas da bewegen und dann in dem Sinne das weitergehen und dann den nächsten Schalter. Es ist also nicht so spannend. Es saved vielleicht fünf Sekunden. Oh ja. Immerhin. Ja, immerhin. Fünf Sekunden. Es ist laufen. Ja. So, jetzt laufen wir eigentlich wieder komplett lang, aktivieren weitere Schalter und großartig passiert, glaube ich, nichts mehr. Bis dahin. Eine Sache, was sie versucht haben, um das Spiel so möglichst wie wenig skippable zu machen, ist, man kann auf Rutschen nicht springen. Also, wenn wir rutschen, können wir nicht springen, was in anderen Spielen ging. Auch können wir keine Ledges greifen, weil sie dachten, ja, so verhindern wir, dass wir ja irgendwas skippen können. Ja, leider sind wir schlauer, wir nutzen einfach dieses Fass hier und skippen damit erstmal ein kleines Rätsel, was einfach auch nur wieder aus Schalterdrücken besteht. Und wir werden sehr oft sehen, dass wir einfach Zeug machen, wo sich die Entwickler scheinbar dachten, ja, da kommen sie nicht hoch. Zum Beispiel hier, hier machen wir genau dasselbe nochmal. Wir nehmen Buffed SpongeBob, eine der Verwandlungen, die es gibt, neben Thaddeus, Patrick, Sandy und anderen. Ich glaube, nee, das waren alle. Ja, und nutzen einfach wieder einfach, um wieder fünf Minuten oder sieben Minuten Puzzle zu skippen. Und gleich sind wir auch schon damit am Ende von dem Level hier. Was hier irgendwie vergessen wurde, sie haben hier so eine Rutsche hingebaut, du kannst halt nicht springen, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie nicht dran gedacht, am Ende von dieser Rutsche, links und rechts, auch die Collision dahin zu packen, weswegen wir darüber laufen können. Auch okay. Wir nutzen das als Advantage, ist ein bisschen schneller, nämlich so runter zu gehen, als die Grutsche runter zu rutschen. Und hier sehen wir auch gerade schon die erste Verwandlung, nämlich Patrick, der mit einem Hammer einfach alles kaputt macht. Und unser Ziel ist es eigentlich gerade nur, wieder Roboter zu besiegen. Und dann ist das erste Level auch schon vorbei. Das ist hier flott. Ja. Schöne ist, alle, wie ihr gerade seht, ist, die Patrick-Verwandlung zeitlich begrenzt. Aus irgendwelchen Gründen ist es aber nicht die Buffed-Spongebob-Verwandlung. Also die ist permanent, bis wir getroffen werden. Okay. Das heißt, die Kraft-Spongebob. Ja, genau. Die Kraft-Spongebob ist einfach komplett nicht zeitbegrenzt. Immer nur Level begrenzt und halt, wenn wir getroffen werden, aber sonst nicht. So, und damit haben wir das erste Level abgeschlossen. Pro Level müssen wir immer das Collectible, das End-Collectible erreichen, um in die nächste Welt zu dürfen. So. Als nächstes kommt auch gleich Cape Forest, auch bekannt aus seinem geistlichen Vorgänger Battle for Bikini Bottom, weil, ja, das Spiel sagt, wie gesagt, benutzt ziemlich viele Dinge aus den früheren Spielen, sowohl aus Battle for Bikini Bottom als auch aus dem Movie-Spiel, das damals zum Film rauskam. Okay. Ja, machen ja auch viele andere. Ja, genau, es fällt hier nur irgendwie am meisten auf. So, wir haben auch mit dem neuen Level eine neue Fähigkeit bekommen, wir können uns in so eine Drehattacke machen und hier sehen wir den ersten Skip, wenn er ihn macht, ich glaube, er macht ihn, ja, okay, er macht ihn, er macht ihn nur an der anderen Stelle. Wir benutzen die Gegner hier, um out of bounds zu kommen. Wieso das da geht, fragt mich nicht, es ist einfach der Fall und jetzt laufen wir einfach außenrum lang. Das tun wir sowohl in any percent als auch in any percent. No LSG. Die Erststelle nicht, es ging auch da links, also wir sehen das noch öfters, aber man hätte es jetzt auch links an diesen Vines da machen können, an so einer Textur, wo er jetzt gerade langläuft, da hätten wir auch, aber die Stelle scheint ein bisschen sicherer zu sein. Kostet uns aber irgendwie so drei Sekunden, weil wir außenrum latschen müssen. Und hier aktivieren wir einfach den Trigger der Box, was so in dem Sinne so eine Art Teleporter ist, so ein Checkpoint und töten uns, damit wir wieder inbound sind und hier weitermachen können, weil sonst kommen wir nicht großartig weiter, weil wir nach oben müssen. So, hier warten wir jetzt auf diesen kleinen, oh, okay, das ist nach hinten losgegangen, schade. wir wollen den Typen, den Roboter benutzen, der ebenfalls sich so dreht wie wir und ausnutzen, dass wie in vielen Spielen uns Damage beziehungsweise das Besiegen von Gegnern ein bisschen uns nach oben boostet, damit wir hier auch einfach wieder ein kleines Rätsel skippen können und schneller nach oben kommen. So, jetzt laufen wir hier ein bisschen lang, müssen aufpassen, dass wir nicht auf die Blumen springen, weil die würden uns, würden sich sonst zuklappen und uns kaputt machen. Was bedeutet No LSG? Das habe ich gerade eben schon am Anfang erklärt, das bedeutet No Level Skips. Es ist die Möglichkeit, in manchen Leveln diese Level früher zu beenden, weil zum Beispiel Collectibles unter der Map schliegen oder man ganze Level sogar skippen kann schon vornherein, weil das Spiel sehr besonders programmiert ist. So, hier laufen wir jetzt wie, ich glaube, großartig kommt jetzt nichts, wir laufen eigentlich nur noch geradeaus. Gibt es für LSG bestimmte Faktoren, die man halt nicht machen darf, weil eben haben wir auch das Out of Bones. No LSG beschreibt wirklich, dass man ein ganzes Level skippt und gar nichts sieht. Im ersten Fall war das zum Beispiel Jellyfish, hätten wir komplett nicht gesehen, wer LSG erlaubt. Ah, okay. Das heißt, Out of Bones ist möglich, aber keine. Ja, genau, genau, kein Level skippt. Wir müssen das Ende des Levels erreichen. Okay. So, hier sind wir jetzt gerade eben auch wieder ein bisschen nach oben gesprungen durch die Hilfe unserer Drehattacke, um auch da einen Kampf, glaube ich, sogar komplett zu skippen. Also, wir skippen es ziemlich viel, also, ja, hier zum Beispiel auch einfach den Schalter. Weil, wer braucht Schalter? Hier würden wir übrigens Sandy das erste Mal sehen. Die kann nämlich, äh, die ganze Zeit sich drehen und damit durch dieses Feld von Blumen kommen, aber auch hier können wir ganz einfach dran vorbeispringen und dann mit Hilfe eines weiteren, ich nenne ihn immer Extended-Height-Sprung auch nach oben kommen. Und der erste kleine Mini-Boss-Fight. Äh, nichts Besonderes. Wir müssen auch warten, dass dieser Roboter an uns vorbeigeht und uns den Rücken zeigt oder seinen Boden und dann schlagen wir gegen ihn. Das Schöne ist, wir mussten Buff-Spongebob die ganze Zeit beibehalten, weil der macht doppelten Schaden bei Gegnern und damit geht der Fight ein Stückchen schneller. Soweit ich das aber weiß, basiert der komplette Fight trotzdem auf ANG. Also, wir müssen hoffen, dass er sich in unserer Nähe nicht, äh, nicht dreht, sondern uns angreift mit seinem Kopf, damit wir hinten dran kommen. Kann man irgendwie manipulieren, dass man in der Nähe steht? Nee, kann man nicht, glaube ich. Also, zumindest habe ich es nicht gesehen bis jetzt, dass man das machen könnte. Okay. So, und damit haben wir auch Cape Forest abgeschlossen und im Hintergrund ist so eine kleine Spongebob-Referenz. Sandy schlägt eine Muschel. Das tut sie in irgendeiner Folge auch. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Aber das war, glaube ich, eine Referenz an die Serie. Allgemein, wenn man auf Hintergründe oder gerade in Spongebob-Haus achtet, sieht man sogar kleine Dinge, die an die Serie anschließen. Und übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, in den Ladescreens sind immer kleine Rätsel zur Serie, was auch ganz nett ist. Das verkürzt die Wortezeiten. Ja, dann kann man natürlich überlegen. Zum Beispiel, welche Frucht bringt Spongebob und Patrick nicht Thaddeus? Eine Banane, Wassermelone oder doch eine Ananas? War natürlich die Ananas, wusste die alle. So, erster richtiger Boss-Fight. Wir kämpfen gegen Robo-Patrick. Robo-Patrick ist im Gegensatz zu Battle for Bikini Bottom ein sehr einfacher Fight. Wir müssen ihm nämlich nur seine Hose runterlassen und auf seinen Hintern schlagen. Und ja, das klingt so weird, wie es ist. Das war bei Spongebob immer schon so weird, teilweise. Ja, aber das ist wirklich seltsam. Ich weiß nicht so ganz, was sie sich bei dem Fight gedacht haben. Übrigens verwandelt sich in diesem Traum Patrick zu Robo-Patrick, weil das an die Folge angelehnt ist, wo die beiden in den salzigen Seenapf oder sowas wollen und Spongebob zu Patrick sagt, du hässlicher oder sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Wo die dann die Unterhosen anhaben, gell? Die Gäme Unterhose und der Nee, nee, das ist eine andere Folge. Das war die, wo Spongebob in so einen Club wollte für harte Männer und deswegen Patrick so verprügeln will und die bekannte Szene daraus ist, wo Patrick dann einfach durch die Luft schwebt, so gefühlt und sich selbst verprügelt. Ohne, dass Spongebob irgendwas macht. Ja, in diesen salzigen Spucknopf. Ja, in den salzigen Spucknopf kam nicht drauf. Stimmt, wo wir uns zeigen mussten, wie hart die sind. Ja, genau. So hart durch Kaunägel oder keine Ahnung was. Ja, ich bin so hart, ich kriege diese Tomatenflasche nicht auf und kriege sie dann am Ende nicht auf. So, der Fight ist fast vorbei schon. Bestand halt nur daraus, dass wir Gegner bekämpfen und ihm die Hose runterlassen. Er spuckt dann in der zweiten Phase einmal hier Eis hin und in der nächsten dieses Gou, wo wir raufrutschen können. Aber ja. Und damit ist der Fight auch schon vorbei. Man kann hier nichts großartig manipulieren oder sonstiges. Es ist halt einfach wirklich, ja, ihn bekämpfen, schnell sein. Das waren die schönsten Kämpfe noch, finde ich. Ja, die, wo man überhaupt nichts machen musste und nicht mal sich Gedanken machen musste. Einfach nur draufhauen. Einfach nur Hoffnung draufhauen und ab dafür. So. Nächstes Level ist Frycook und hier kommt wieder ein großer Unterschied zu Any% weil Frycook würden wir in Any% nicht sehen, da das Spiel aus irgendwelchen Gründen so programmiert ist, dass wenn wir alle Collectibles auf einmal kriegen, das nächste Level geöffnet wird. Was wir in Any% machen würden, wäre nochmal zurück nach Jellyfish, also ins erste Level, nochmal zweimal Out of Bounce gehen und alle Collectibles unter der Map holen und dann weiter ins nächste Level. Wir würden also von Frycook jetzt gar nichts sehen. Aber gab es den selben Fehler jetzt nicht auch bei dem Rehydrated von dem Vorgehen? Ja, da ist es ein bisschen ähnlich, also nicht ähnlich, da in Rehydrated wäre es so, dass man sich direkt warpen, also da gibt es ein Warp-System und wenn man schnell genug Inputs macht, könnte man dort sich direkt ans Ende warpen. Das ist ein bisschen anders als hier in dem Spiel. Ist das Geld im Running relevant? Nein, das Geld ist eigentlich nur dafür da, um sowas wie extra Leben zu kaufen oder Kostüme oder mehr Bereiche in der Hubworld und nichts Spannendes so. So, dieses Level, oh, okay, der Gegner blockiert, schön. in diesem Level geht es eigentlich groß darum, unsere neue Fähigkeit zu benutzen, dass wir jetzt Wasserglasen schießen können und damit ist großartig das Level auch aufgebaut. Heißt, versuchen, diese Maschinen da zu treffen, die dann Krabbenbörger rumschmeißen. Sieht eher aus wie Kaugummi. Ja, es sieht aus wie Kaugummi, es sollen aber Wasserballons sein. Ah, okay. Das macht immer Sinn unter Wasser. Ja, klar, so richtig. Auch das Ganze soll an die Folge an den Mist verschlafen. Hallo, Vini. Guten Morgen, Vini. Keine Sorge. Alles Gute, schon vorbei. Naja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die ganze Folge, dieses ganze Level ist übrigens an die Erinnerung, wo Spongebob äh, Bräter wird bei der Cross and Cover, also die erste Spongebob-Folge angelehnt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das hier damit zu tun hat, aber das ist seine Erinnerung scheinbar dort drin. Okay. So, den Großteil haben wir jetzt alles sehr normal gemacht. Was wir hier jetzt machen, nutzen wir einfach aus, dass diese, äh, Abstoßdinger für die Blasen Collision haben und wir einfach auf den Drauf springen können und hinter Mr. Crab springen können und somit mehrere Minuten langweiliges Puzzle skippen können. Da fragt man sich immer, wie viele waren sowas? Teilweise. Ja, ich glaube mal, sowas doch relativ einfach. Ja, es ist immer eine gute Frage, wie man darauf kommt. Äh, hier übrigens gehen wir jetzt ein bisschen Out of Bounds. Äh, doof, da hat er die Cutscene aktiviert, das ist, äh, ein bisschen schlecht. Ähm, die wollten wir eigentlich so gut wie möglich skippen. Äh, hier skippen wir eine Sache, die wir im Run überhaupt nicht sehen. SpongeBob würde sich eigentlich mit Wasser vollsaugen und diese gelben Flächen, diese Sponge-Flächen füllen, um weiter nach oben zu kommen. Aber das ist langsam und das wollen wir nicht. Also gehen wir ein bisschen Out of Bounds und nutzen die Collision der, äh, der Platt, äh, der Insel. Und, ja, skippen das alles. Genauso wie hier, wo wir einfach wieder diese, diese, äh, Abstoßdinger benutzen, um über den Bus zu kommen. Aber langweiliges, langsames Puzzle, ja, ist voll spannend. Und jeder liebt langweilige, langweilige Puzzle. Jetzt haben wir Thaddeus. Ja, ja, genau, jetzt sind wir Thaddeus, die Verwandlung, äh, die dritte Verwandlung, die wir eigentlich im Spiel sehen würden. Für uns die zweite. Willst du mal vier? Je nachdem, wie man den starken SpongeBob zählt. Äh, ja, äh, Thaddeus ist so ein bisschen, ja, ich schieße halt mit meinen Noten rum, die sind halt so schlecht, dass sie selbst Roboter kaputt machen. Der Arme, er will doch nur so gut spielen, aber leider sind seine Töne so schrecklich, dass wir sie als Waffen benutzen können. Das liegt nicht aus einem Spielen, sondern am Instrument. Stimmt, genau. Eigentlich ist sein Instrument nur schlecht gestimmt. So, hier nutzen wir jetzt diese, diese Pipes, um auch ein bisschen die Umrundung zu skippen, oder wie ich sie gerne nenne, die Wegverlängerungsspiralen. Hier nutzen wir gerade mal die andere Fläche, um ein bisschen schneller zu sein. Es ist nämlich möglich, das sehr schnell zu schaffen, beide Maschinen kaputt zu machen, um, ja, beide Maschinen kaputt zu machen, aber das ist halt so, so knapp, dass es manchmal nicht hinhaut. Und damit haben wir auch Freiglust schon beendet. Für sowas gibt's Casual, ja, stimmt. So, und das war auch schon Freiglust, ja. Gibt's gut, eigentlich noch was zu sagen zu Freiglust? Eigentlich nicht. Eigentlich schnell, schnell. Nö, also, zumindest fällt mir gerade nichts ein, was es praktisch wäre. So, jetzt wieder zu Santa. Santa ist eine sehr tolle Welt. Also, wir werden sehr viel von Santa sehen. Also, wirklich sehr viel. Vielleicht nicht das, was ihr jetzt erwartet zu sehen, aber wir sehen sehr viel. Und ich möchte noch nichts vor und weg nehmen. Die ganze Folge lehnt sich hier an die Erinnerung, wo Thaddeus Weihnachtsmann gespielt hat, an. Deswegen ist das Ganze ein Eislevel. Ach ja, hier sollen wir gar nicht drauf. Und, ja, jetzt sind wir out of bounds. Und das ist auch so etwa das Einzige, was wir sehen, wie wir out of bounds rumlaufen. Das ganze Level ist nämlich so ein bisschen wie eine Art Spirale aufgebaut. Das heißt, wir gehen erst nach vorne, dann irgendwie links rum und sind dann woanders. Und, ja. Deswegen können wir das gesamte Level out of bounds bewegen, mit ein bisschen Platforming. Aber, ja, wer sich gefreut hat, sehr viel hier zu sehen, ja, wir werden nicht wirklich viel sehen. Ach, schade. Wir werden halt straight zum, zum, äh, zum Ende latschen. Komplett out of bounds. Dabei ist ein Eislevel immer so interessant. Ja. Beziehungsweise nicht komplett. Wir werden, wir müssen einmal wieder in bounds gehen, weil wir, äh, zum Ende kommen müssen. Jetzt. Genau, hier sind wir wieder in bounds. Hier sollen wir eigentlich diese Kaugummi-Dinger benutzen, die uns so rum schubsen. Ja, das ist aber auch langsam zum Teil, deswegen, ein bisschen Platforming kommt auch dazu. Ein bisschen andere Gummi-Dinger skippen. Ich weiß zwar nicht, wer so viel Kaugummi kaut und das hier alles verteilt, aber, hm. Und wenn ich richtig erinnern habe, müssten wir uns jetzt hier gleich wieder out of bounds begeben. Unsere Laufzeit. Ja. Oder war das nur die Kaugummi-Dinger? Achso, ja, das war nur die für die Kaugummi-Dinger. Doch, wir sind jetzt schon beim Boss. Ich hab gerade komplett vergessen, wo der Boss war in diesem Level. Äh, dieser Boss, ja, wir bekämpfen ihn natürlich ganz normal. Nee, nicht so ganz, äh, was wir hier gesehen haben, ist, dass der Boss uns angreifen wollte und wir das benutzt haben, um im selben Moment zu springen und damit einen sehr großen Höhenvorteil bekam und über der Map ist einfach der Death Trigger für diesen Boss. Den haben sie da hin platziert. Äh, okay. Und den haben wir dann einfach jetzt gerade durch diesen Sprung erwischt. Der Boss ist damit automatisch tot und wir kriegen das Collectible von dieser Map. Ja, das war ein spannender Boss. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich fand ihn sehr schön. Ich fand ihn super. Ja. die Art, wie man ihn siegen muss, wie man ihn Hitpoints bekommt, betrifft. Ja, das ist mega spannend. Naja, es ist halt, da wurde derselbe Fehler gemacht wie auch in Battle for Bikini Bottom. Da sind nämlich auch alle Death Trigger über der Map selbst Rehyden. Damals hat ja auch keinen interessiert. Ja. Das ist halt super. Man hat nie gedacht, dass man da hochkommt. Ach ja, Mermelmelea. Äh, ja, ist genauso wie wie Santa oder wie, ich nenne die immer so, wie die Splits heißen. Santa war halt das Level gerade eben. Mermelmelea ist das hier. Auch Out of Bounds. Und hier ist es sogar noch einfacher. Hier können wir direkt wirklich zum Ende latschen. in weniger als irgendwie 10, 20 Sekunden. So, hier sind wir schon am Ende. Äh, hier müssen wir einfach nur die Roboter gerade besiegen, die immer an einer bestimmten Stelle treffen. Deswegen kann er sich auch schon an die, äh, Stellen stellen, wo die Gegner gleich stehen. Ich dachte, das muss so. Ja, das muss auch so. Ja, es ist jetzt einfach nur ein Kampf. Äh, 15 Gegner einmal besiegen. Die sind ein bisschen stärker, als die Anfangsgegner. Das erkennt man darin, dass sie gelb sind. Und größer. Und größer, ja. Gelb und größer. Das bedeutet immer, sie sind gefährlicher. Ja, wenn wir das gleich gemacht haben, ist auch dieser Fight vorbei. Äh, im Any% Run würden wir sogar noch weniger vom Level sehen, denn am Anfang von diesem Level wäre hinter der einer Tür ebenfalls wieder wie in Jellyfish alle, alle Collectibles der Map, die wir sammeln könnten, wenn wir Out of Bounds gehen und, ja, hätten das Level dann auch geskippt. Das heißt, theoretisch wäre jetzt schon Any% fällig. Ja, nicht fast, fast, aber sehr nah. Äh, was man noch machen würde, wäre, die nächsten, den nächsten Fight und das nächste, das Level danach zu skippen. Äh, was wir da nämlich machen würden, wäre genau dasselbe wie beim ersten Mal. Wir würden die ganze Zeit in Mermalaya gehen, wieder die Collectibles einsammeln und das Spiel denkt dann so, ah, okay, du warst in den nächsten Leveln, du hast da alle Collectibles gesammelt, ich gebe dir das nächste Level und wenn wir das dann halt zwei bis dreimal machen, kommen wir schon ins letzte Level. Ah, okay. Deswegen wäre der Run, der normale Run, äh, der Any% Run jetzt vorbei, ungefähr, aber da wir ja keine Level skippen dürfen, müssen wir halt jetzt noch das hier machen. Wir sehen jetzt Robo-Squid. Äh, man wird vielleicht gleich sehr schnell als Spongebob-Fan merken, welche Folge hier referenziert werden soll. Ich möchte nur auf die großen Oberschenkel von Thaddeus aufmerksam machen. Vielleicht weiß dann schon der ein oder andere, mit welcher Folge es sich auf sich hat. Äh, der Fight ist auch nicht großartig, äh, schwer. Wir müssen immer nur das Auge von Thaddeus treffen. Ah, hier sieht man es jetzt. Die Kram-Burger, die Thaddeus isst und die Oberschenkel, die dadurch steigen. Weil aus irgendwelchen Gründen viele Kram-Burger zu essen, sorgt dafür, dass deine Oberschenkel groß werden und dann explodierst du. Ja, der Fight ist jetzt so, wir versuchen halt immer wieder zu warten. Dann in der zweiten Phase diese, die Wasserfontänen auszuschalten und dann wieder aufs Auge zu gehen. In der dritten Phase sind es dann gleich zwei Schalter, um die Wasserfontänen auszumachen und dann wieder aufs Auge zu gehen. Und dann ist der Fight auch schon vorbei. War das nicht die falschen Graben-Burger vom Plankton? Ja, ja, er ist die Fightung, er ist diese Mother Pampe Burger. Es ist also, wie gesagt, es sind halt mehrere Anspielungen zu einem immer in einer Folge. Übrigens, der Grund, warum Plankton auch in diesen Träumen rumläuft oder zu sehen ist manchmal, er hat, wie auch in Battle for Bikini Bottom, mal wieder es nicht geschafft, die Kontrolle von Robotern zu behalten und hat die Fernbedienung kaputt gemacht, um sie zu steuern. Seine Roboter laufen also schon wieder wahllos in Leveln rum. Der lernt aber auch nichts. Nee, der lernt überhaupt nichts. Gut, in diesem Fall war es, dass er sich erschreckt hat, weil Spongebob gegähnt hat oder so. So, und das war der Fight. Ja, was ist die Geheimfolge für Krabby Patties? Seaweed, Liebe oder wurde nie gesagt? Wurde nie gesagt. Ich dachte immer Liebe. Schade. So, nächstes Level, Rock Bottom. Würden wir, wie gesagt, im Any% nicht sehen. Wäre geskippt. Das ist aber ein schöner Level. Ja, das ist, die Rock Bottom Level sind wirklich, also da muss man sagen, man, hier merkt man den Einfluss von dem, äh, Filmspiel also das Spiel, was auf dem Film basiert, weil sie, ja, einfach mal ein bisschen die Assets da benutzt haben. Wir werden uns nämlich ganz viel in großen Wesen befinden. Aber man muss wirklich sagen, dass das sehr schön aussieht. Äh, wir werden auch das ganze Level eigentlich so gut wie sehen. Äh, wir skippen hier nur ein bisschen Wartezeit mit diesen Wasserfontänen, das ist ein bisschen langweilig. deswegen, ja, ein bisschen weiter. Weiter springen geht auch. Planckern kann Roboter bauen, aber keine robuste Fernbedienung. Ja, das ist irgendwie seltsam. So, das hier wird jetzt sehr spannend. Ähm, das Spiel möchte von uns, dass wir eigentlich hier lang rutschen, um dann einen Trigger auszulösen. Wir rutschen hier nicht lang und was dadurch passiert, Oh, okay. Oh, das ist, okay, dann doch nicht. Ähm, normalerweise würden wir diesen Cutscene-Trigger hier skippen. Vielleicht kriegt das jetzt beim zweiten Mal hin. Das kann sein. Äh, damit zum einen wir die Cutscene nicht sehen und zum anderen einen anderen Skip machen können. Okay, er geht wahrscheinlich doch die Route lang. Ist ein bisschen langsamer, aber ja. Was man normal also machen würde, wäre eigentlich hier über die Map zu springen, über dieses, über dieses Gleiten. Und damit eine Cutscene verhindern vom Abspielen. Ja, hier genau. Jetzt hast du es geschafft. Äh, genau. Was nämlich passieren würde, wäre, dass hier Gegner spawnen, die wir besiegen sollen und so eine Bombenkugel durchmanövrieren müssten. Ja, da das nicht passiert, müssen wir diese kleine Insel hier benutzen, äh, als Ausweichmöglichkeit. Ist nicht gedacht so, aber ja. So, jetzt wird eigentlich auch großartig nichts mehr so Spannendes passieren. Wir werden jetzt einfach das Level noch weiter durchlaufen. Aus irgendwelchen Gründen können wir auch mit einem Schalter die Magensäure eines Monsters einfach runterlassen. Das ist eindeutig ein Face-Safe. Klar. Monster ist auch nur ein Roboter. Oh, ja, stimmt. Das ist eine gute Perspektive, so habe ich das noch nie betrachtet. Okay, gut, wir müssen uns eigentlich sagen, wir sind die ganze Zeit in Träumen von Spongebob oder in Erinnerungen von Spongebob. Also, da kann alles... Und wir sind in Rockbottom. Da kann das auch alles möglich sein. Ich habe gerade ein Monster im Monster. Stimmt. Du hinterfragst hier Dinge, ey. Über die habe ich noch nie nachgedacht. Ja, gut, man muss jetzt sagen, das Spiel selbst runne ich halt nicht, aber... Ich habe die ein oder andere runne schon mal gesehen. Ich finde nämlich, dass das Spiel, auch wenn es sehr nett ist, eher zu den langweiligeren Spongebob gehört. Weil insgesamt hat das Spiel Content für drei Stunden, wenn du 100% spielen willst. Es ist also nicht so umfangreich. Ja, der gibt es durchaus. oder größere, umfangreichere. Ja. Ich glaube, ich muss sowas alte mit den anderen Charakteren ausgraben. Du meinst Battle for Bikini Bottom oder... Das ist das andere mit Jimmy Luton und sowas. Achso, achso, das meinst du, ja. Die waren halt auch irgendwie umfangreicher, aber ja. Irgendwo habe ich das noch. Ich finde das halt schade, weil das war, glaube ich, das letzte Spongebob, wenn ich mich richtig erinnere, das THQ noch gemacht hatte oder das unter THQ lief und dann sind die pleite gegangen. Schade. Ja, THQ war damals ja die Firma, die in dem Sinne alle Serienspiele in dem Sinne gemacht hat. Also wenn es von irgendeinem, von irgendeiner Serie ein Spiel gab, war meistens THQ daran beteiligt, weil sie sich sehr viele Rechte gekauft haben, gerade von Nick. Die haben auch eigentlich auch immer solide Spiele abgeliefert. Ja. Das wundert mich ja eigentlich. Deswegen, also wenn man sich gerade Battle for Bikini Bottom, was halt wirklich ein, also Spongebob Battle for Bikini Bottom sich anschaut, was wirklich eines der besten Spiele auf der PS2 war, der wundert sich, dass das dann dabei danach rauskam leider. Was halt die Entscheidung war, sozusagen so, ja, wir machen hier ein komplett umfangreiches Spiel nicht mehr, sondern so ein bisschen Hubwelt und ein paar Level, die ja, sich eigentlich alle ähneln. Ja. Selbst hier, wenn man, selbst wenn man 100% spielen möchte, ist der Unterschied, ja, da ist Thaddeus übrigens aus irgendwelchen Runden, selbst wenn man das Spiel zu 100% spielen will, die einzige Challenge, die halt drinnen besteht, ist nochmal durch die Level zu gehen und alles einzusammeln. Ja, alles einzusammeln beziehungsweise es gibt dann sogenannte Challenge-Tickies, wo man halt Challenges machen kann, die einfach nur daraus bestehen, ja, sammle so viele Münzen in so vielen Minuten, sammle ganz viele Kisten, äh, zerstöre ganz viele Kisten oder zerstöre ganz viele Gegner. Übrigens, was wir hier gerade gesehen haben, ist wieder Extended-Height. Wir sind, haben wieder einen Gegner benutzt, um ein bisschen höher zu kommen. Aber ja. So, jetzt reiten wir auf diesem super vollen, wundervollen Aal, der zufälligerweise natürlich hier durchkam. Jetzt bin ich gespannt, macht er jetzt hier gleich einen Skip oder geht er safe? Weil normalerweise sollten wir hier jetzt jetzt durchkämpfen und durchbewegen. Genau, er macht, er macht, okay, er macht den Skip. Wir können hier nämlich einmal außenrum durch den Gegner und durch das Extended-Height und da das Ding hier Collision hat, ja, müssen wir nicht uns einmal durch dieses Labyrinth kämpfen, was halt wirklich einfach nur aus Gegnern und ein paar Rätsel besteht. Vor allem der Aal entscheidet sich genau dort einiger Skip zu machen, ja. Ah ja. So, jetzt holen wir diese Kugel hier und bringen sie an die Stelle, die gerade runterkam, dadurch, dass wir den einen Schalter da aktiviert haben mit unserer Kanonenfähigkeit. Und jetzt verschwindet die ganze Map. und eine Kampf-Area da erscheint. Und jetzt kämpfen wir. Ihr merkt, das Ende eines Levels ist meistens ein Kampf. Zum Glück rettet uns Thaddeus und spielt wieder wundervolle Musik. Also wirklich, jedes Level endet eben mit einem Bosskampf oder so einem Kampf. Wir mussten halt nochmal zeigen, wie schön sie ihre Roboter finden. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir jetzt gerade während des ganzen Levels wieder irgendeine Spongebob-Musik gehört, die nicht ganz passte. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem Fall... Ne, im Santa-Level witziger Funfact lief gerade eben noch die Ghoul-Lagoon-Musik aus Battle for Bikini Bottom. Das wundert ziemlich viele Leute, warum sich das Wickler-Team entschieden hat, in einem Spiel den Song zu benutzen für einen sonnigen Strand und im anderen für eine Eiswelt. Okay, das ist komisch. Ja, das ist sehr seltsam. Vor allem, ich sehe gerade das Spiel Tooth Oscar, das hat alles gehört, erwischt, kam nur für PSP und 360 raus. Eigentlich auch für die Wii, es gibt auch einen Wii-Teil. Und auch ein DS. Also DS. Ja, aber der DS-Teil ist wie noch zur damaligen Zeit ein bisschen üblich, ein bisschen anders, weil es ein Handheld war und der halt nicht wie heute so eine Switch die Kapazität hatte, so ein Spiel abzuspielen. Ja, aber komischerweise auch nur ein Xbox-Port und kein Play-Sy, also PS2-Port gehabt. Ja, das ist wirklich seltsam. Es gab kein PS3- oder PS2-Port, sondern wirklich nur einen PSP-Port. Und PC auch nichts mehr. Nee. Die PC-Spiele hat man bei Spongebob dann irgendwann auch vergeblich gesucht. Ah, übrigens, wir sind wieder out of bounds mit dem selben Trick durch Gegner. Ah, da ist er leider runtergefallen. So ein Schader auch. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Verliert er jetzt halt zehn Sekunden. Wir müssen übrigens die beiden Gegner besiegen, die könnten uns ein bisschen dabei stören, out of bounds zu kommen. Okay, jetzt lockt er sie erst in eine Richtung, damit sie dann so stehen, dass er in die andere Richtung gepusht werden kann. Ach, das fällt keinem auf, wenn die Musik dieselbe ist. Und wenn schmilzt sie über die Zeit des Hirns weg. Oh Gott. Ja. Die Musik ist doch immer gut. Ja, die Musik ist super. Aber ich finde, die Spongebob-Musik ist wirklich sehr gut komponiert. Ja. So, und jetzt haben wir übrigens das ganze Level schon geskippt. Also, wir sind jetzt auch schon wieder beim Endboss-Fight. Der, äh, darin besteht, dass er sich dreht. Und wir eigentlich nur darauf warten, seinen Rücken zu, also wir versuchen ihn gleich umzudrehen und äh, dann einen großen, fetten, roten Button zu drücken. Ihr seht das gleich. Äh, what the fuck? Was ist da passiert? Also, wir wollen ihn einmal angreifen und genau, er macht seinen Kopf frei, dann können wir da draufschlagen und dann müssen wir nur noch ausweichen. Sogar ein Bullet-Held-Spiel. Ja. Dieses Spiel ist alles, was ihr wollt. Rennspiel. Plattformer. Bullet-Time-Game. Ja, die Boss-Fights sind halt, man kann nicht groß irgendwas machen. Man hofft darauf, dass er halt seinen Kopf zeigt. Was wir draufschlagen können. Aber fast jede Musik wird schlimm, wenn sie zu lange läuft. Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Das ist wahr. Doch. Nein. Kennst du das nicht, das Gefühl, wenn du Musik viel zu lange gehört hast und dir dann denkst so, ja, jetzt kann ich, muss ich sie auch erstmal für einen Monat oder so nicht mehr hören? Selten. Ganz, ganz selten. Okay, dann höre ich einfach viel zu viel Musik. Ich habe das meistens. Wenn ich meine Playlisten sehr oft gehört habe, denke ich mir immer so, ah, jetzt kann ich jeden Song einfach skippen. So. Das Problem ist halt, wir haben keinen Buffed-Spongebob in diesem Kampf. Deswegen dauert es halt ein ganzes Stück länger. Das heißt, man macht nur einen halben Punkt Schaden. Ja, man macht halt wirklich nur einen halben Punkt Schaden statt doppelten. Das ist sogar gefühlt vierfach ein Schaden. Und da in dem Level gab es keine Möglichkeiten, Buffed-Spongebob zu werden? Also es gibt auf dem Weg, glaube ich, einen, aber das wäre halt langsamer, wenn wir da dann rausgehen, nur um ihn sich hierfür zu holen. Es geht halt wirklich schneller, wenn wir am Anfang einfach out of bounds gehen und dann hier hin und dann den Fight machen. Vor allem, da ist dann, selbst wenn wir den hätten, ist halt das Risiko, wenn wir getroffen werden, durch irgendwelche Schwassenärfe, verlieren wir halt noch mehr Zeit. Also geben wir das Risiko gar nicht erst ein. Ja. Obwohl die jetzt gar nicht so schwer aussieht. Ja, der Fight so nicht, aber halt dann out of bounds zu kommen, ist halt so, also allein um out of bounds zu kommen, nehmen wir ja Schaden. Damit würden wir also nicht rauskommen, also wir müssten dann das ganze Level machen und das wären dann halt so bestimmt fünf bis zehn Minuten. Klingt logisch. Ja. Aber gleich ist der Fall ja vorbei. Und ich gehe auch mal davon aus, dass der Endboss komplett wieder so ein Roboterplankton sein wird. Vielleicht. Okay. Also, vielleicht könnte das sein. Das wäre typisch. Ja. Vielleicht ist dieser Roboterplankton vielleicht auch ein bisschen größer als in Schlacht um Bikini Bottom. Pst, wir wollen ja nicht spoilern. Naja, ne, 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 also, hä, was? Spoilern? Aber ja, jetzt wäre wieder Any% also jetzt ist die Route für Any% und Any% No LSG. Gleich. Wir würden halt den Endboss sehen. Na, den können wir nicht skippen. Spielende nehme ich mit dem Endboss und nicht anders. Wäre es wie schneller bei dem Boss den Death Trigger zu springen? Ja, wenn wir an den Death Trigger kämen. Ich glaube, der ist über dem Haus. Den haben sie da platziert, dass wir da nicht rankommen. Also, nicht wie im Fight bei Santa, wo wir das machen konnten. Ja, hier haben wir es leider erfüllt. Ja, äh, was uns die Katzin gezeigt hätte, Spongebob hätte sich erinnert, wo die Formel wäre. Er hat sich nämlich erinnert, die Formel ist im Tresor in der Kostenkrabbe. Das hat er aus irgendwelchen Gründen vergessen. Und jetzt ist Plankton halt auf dem Weg dahin und Spongebob so, nö, ich halte dich auf. Ich bin schneller. Ja, und jetzt sehen wir einen riesen Robo-Plankton. Und das hier ist ein Sidesqualler. Also, was groß passiert ist, wir laufen nach rechts, er spawnt ein paar Gegner, die bekämpfen wir. Dann kommen wir weiter, bekämpfen mehr Gegner und irgendwann kommen wir sogar in Plankton rein. Also, ja, das ist nicht das Spannendste der Welt. Aber wer hätte gedacht, dass die Geheimformel im Tresor ist? Ja, ich weiß auch nicht, wie das, wer hätte das nur gedacht? Vor allem, dass Spongebob es einfach vergisst. Ja. So, jetzt schießt erst mal Plankton wieder auf uns. Mann, wir hätten das, glaube ich, gerade in einem Fight gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. da haben wir Schaden genommen. So. Jetzt jumpen wir in den Boss rein und hier sind ein paar Roboter, die hauen wir jetzt. Also, erst müssen wir, also eigentlich müssen wir die Roboter nicht besiegen. Wir müssen nur diese Generatoren an der Seite besiegen, damit das Schutzschild um das Herz verschwindet, um dann das Herz zu treffen. Und das machen wir jetzt ungefähr dreimal. Genau so, wie es vorher auch aussah. Also, es verändert sich eigentlich nichts. Ich kann vielleicht mal gerade sagen, was gleich der Plot-Fist vom Ende ist, weil wir den wahrscheinlich auch nicht sehen. der Plot-Fist vom Spiel ist übrigens, wir gehen zum wir gehen zum Tresor. Also, Mr. Krabs fragt auch, was los ist. Spongebob sagt so, ja, ich habe ihre Formel verloren, aber dann fiel mir ein, dass ich sie im Tresor gelassen habe. Dann gehen die beiden zum Tresor und da drin ist nur der Lottoschein von Mr. Krabs. Und dann stellt, beziehungsweise, nein, äh, wir öffnen den Tresor und es ist da nicht drin, Spongebob packt sich an die Hosentaschen und merkt, dass er die Formel da drin hat, was dann aber in Wahrheit der Lottoschein von Mr. Krabs ist und dann stellt Mr. Krabs raus, dass er niemals Spongebob die Formel gegeben hat. Und warum sind die Krabbenbürger dann so gut? Keine Frage, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, warum die Formel aufgeschrieben ist, wenn die einzige Person das doch sowieso auswendig weiß. Zwei. Ja gut, ich glaube langsam manchmal nicht, dass Mr. Krabs weiß, wie seine eigene Formel geht. Oder vielleicht gibt es auch keine Formel. Stimmt, eigentlich kauft er die Burger irgendwo, aber niemand wird es verraten. Generatoren sind auch eine Art Roboter. Stimmt. Übrigens baut er in der Zeit, wo wir weg sind, also wo wir draußen sind, neue Generatoren auf, neue Schutzschilder. Ah ja, das sagt Jacksler. Es ist witzig, dass die Gegner ebenfalls dem Boss einfach Damage machen können, wenn sie ihn treffen. Irgendwie hat man da nicht so dran gedacht, das zu verhindern. Wo Spongebob hat einer da gearbeitet? Was? Wo Spongebob gearbeitet hat? Ja, ne, wer vorher da gearbeitet hat. Das ist ne, achso, keine Ahnung. Achso, stimmt, stimmt, es gibt ne Folge, es gibt ne Folge, da hat jemand vorher da gearbeitet. Ich weiß aber nicht mal wer. Es war irgend so ein random Side-Charakter, der das gemacht hatte. Ich glaube, der hatte dann sein eigenes Restaurant oder sowas. so und jetzt kommt die letzte Phase und gleich ist dann, wenn wir das Herz, wenn das Herz kaputt ist, auch Time. trotz kleiner Fehler, noch gut im Estimate. Ja, er ist komplett im Estimate. Ich glaube, er ist auch nur irgendwie so dann drei Minuten über seiner Zeit oder so. Was war sein LSG? Also er ist halt auch der Weltrekordhalter in sowohl Any% als auch Any% in der LSG und er ist knapp drei Minuten dann über seiner Zeit. Das geht eigentlich voll komplett. Hat halt vollkommen in Ordnung. Ja, vollkommen. Also, er hat sich ein, zwei Fehlerchen erlaubt. So, wenn er halt gestorben ist oder nicht auch noch bei uns kam. Aber ja. Frank, glaube ich. Ja, stimmt. Ich glaube, er hieß Frank, der Typ, der vorher gearbeitet hat bevor Spongebob. So, und dann. Das Herz ist kaputt. Und das war Spongebob Tour of Square. Dann sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank. Jo, ich kann nur sagen, ist, also, andere Spongebob Runs sind vielleicht ein bisschen interessanter, aber für zwischendurch, gerade so am Abend, ist das sehr entspannt. Richtig. Jo. Und Shoutout für dich. Jo, wenn ihr euch für Spongebob Battle for Bikini Bottom Speedruns interessiert, dann könnt ihr die bei mir manchmal sehen oder Großteils Randomizer. Wovon wir, wovon ich später, äh, am Sonntag, glaube ich, war das auch noch ein Run-Kommentierer von Metroid. Das wird spaßig. Ja, Metroid. Das wird sehr spaßig am Sonntag. Chat-Plays, das heißt, die Chats kann aussuchen, was passiert. Genau, der Chat darf entscheiden, was passiert. Oder spielt der selbst. Nein, nein, also, äh, der Runner, ich weiß gerade nicht, ob es ein Runner oder eine Runnerin war, äh, die spielt das Spiel und fragt dann immer den Chat, was passiert, was passieren soll. Also, die dürfen dann entscheiden. Okay. Welches Battle for Bikini Bottom, das, äh, PS2 Gamecube Spiel? PS2 Gamecube Xbox. Das alte, nicht das We had waited. Ja, genau, nicht, nicht das neue, sondern wirklich das alte. Ja, wobei man halt sagen muss, als, äh, das Spiel war auf jeder Plattform, also, war auf den Konsolen anders als auf dem PC, als anders auf den Handhelds. Okay, gut. Deswegen, gut, dann, äh, wünsche ich euch jetzt alle einen wunderschönen Abend noch und viel Spaß beim Weiterschauen. Dir auch, danke. Tschüss. Ciao, ciao.